Wer in der heutigen Arbeitswelt keine Notizen anfertigt, der wird aufgrund der Informationsflut, die da täglich auf uns einprasselt, früher oder später im Chaos versinken. Was früher noch mit Post-its und Ringbüchern relativ gut gelöst wurde, ist heute deutlich einfacher möglich dank digitalen Notizen-Apps. Der große Vorteil von digitalen Notizen-Apps liegt ganz klar auf der Hand. Sie sind von überall aus erreichbar, sie sind schnell verfasst, lassen sich mit anderen Sachen verlinken und es gibt unzählige Integrationen. Noch dazu kann man sie im Volltext durchsuchen, so schnell wie man natürlich kein handgeschriebenes Notizbuch durchsuchen kann. In diesem Video werde ich euch meine Kriterien, was eine gute Notizen-App ausmacht, einmal vorstellen und meine drei Lieblingsnotizen-Apps hier vorstellen. Im Video, das darauf folgen wird, werde ich nochmal weitere drei Notizen-Apps vorstellen, die ebenfalls nach diesen Kriterien bewertet werden. Los geht's! Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Digitalisierung mit Kopf. Mein Name ist Stefan Lachner, ich bin Ingenieur und Gründer. Dazu vielleicht in einem anderen Video nochmal ein bisschen mehr. Und in diesem Video schauen wir uns mal die ersten drei meiner sechs Lieblingsnotizen-Apps an, nämlich Obsidian, Notion und Bear. Nächsten Sonntag kommt dann Teil 2, da geht's dann um Apple Notes, Evernote und OneNote. Wenn das mal kein Grund zum Abonnieren ist, dann weiß ich auch nicht. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann drückt gerne mal diesen Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine Updates mehr zu verpassen. Als erstes wollen wir uns mal anschauen, was für mich persönlich die Bewertungskriterien sind, damit ihr auch nachvollziehen könnt, warum ich die Apps wie bewertet habe. Und zwar habe ich mir das Ganze mal aufgeschrieben, worauf ich besonders viel Wert lege. Das ist zum einen die Möglichkeit für komplexe Strukturen. Was mache ich damit? Nicht jedes Projekt ist wie das andere. Es ist nicht alles immer 0815, wo man mit einer ganz einfachen Ordnerstruktur auskommt. Manche Apps bieten komplexe Strukturen an, zum Beispiel Datenbanken und sowas ähnliches. Manche nicht und deswegen ist das für mich ein Punkt. Wenn eine App das unterstützt ist, das ist positiv, ist für mich aber kein No-Go-Kriterium, wenn sie es nicht tut. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist das User-Interface, also die Bedienung. Ich bin ein Mensch, ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Oberfläche von einem Programm ästhetisch aussieht. Ein Programm kann für mich sehr coole Features haben. Wenn ich mit der Oberfläche nicht klarkomme und sie mir nicht zusagt und sie nicht schön finde, dann kann ich mit dieser App auch nicht wirklich produktiv arbeiten. Deswegen ist das bei mir einer der Bewertungskriterien. Wenn eine App ganz besonders einzigartige Features hat, die es sonst nicht oder nur selten gibt, dann finde ich das natürlich auch sehr positiv und werde das in diesen Bewertungen hier bei den Apps löblich erwähnen. Der nächste Punkt ist die Datensicherheit und der Datenschutz. Manche Apps laden die Daten aus der Cloud runter und ihr arbeitet quasi nur mit den Daten, die auf irgendwelchen Servern liegen. Andere Apps arbeiten mit den Daten bei euch auf dem lokalen Gerät und sie werden höchstens mal verschlüsselt über eine Cloud synchronisiert. Manche bieten aber auch das nicht an. Das ist ein richtig wichtiger Punkt, gerade für sensible Daten. Also wenn ihr da mit sensiblen Daten arbeitet, wolltet ihr theoretisch wahrscheinlich eher lokal auf dem Gerät arbeiten. Und wenn ihr sagt, ihr legt eher Wert auf Kollaboration, dann kann es auch sinnvoll sein, über Daten auf einem Server zu arbeiten. Da würde ich auch bei jeder App ein bisschen drauf eingehen. Der nächste wichtige Punkt sind Kosten. Ich meine, es muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, ob eine App für einen was kosten darf oder nicht. Für mich persönlich darf eine App, wenn sie wirklich gut ist, auch gerne was kosten. Monatliche Abogebühren, wenn sie im Rahmen sind, sind auch in Ordnung, aber dafür muss die App wirklich einen riesigen Mehrwert bieten. Ob es das für euch tut, müsst ihr selber entscheiden. Ich werde in diesem Beispiel auf jeden Fall auf die Kosten eingehen. Was noch ganz wichtig ist für mich, ist die Migrierbarkeit. Es gibt Apps, die schließen euch quasi in so einem Käfig ein und ihr kommt da nicht wieder raus. Wenn ihr mal tausend Notizen in einer App gemacht habt und merkt dann, die steigen auf dem Abo-Modell um und ihr wollt eure Notizen umziehen. Und es ist wahnsinnig kompliziert und ihr müsst jede Notiz einzeln exportieren und dann am Ende ist die Formatierung im Eimer. Ist natürlich nicht so schön. Deswegen lege ich auf die Migrierbarkeit der Daten sehr, sehr viel Wert und auch darauf, dass sie möglichst in einem Standardformat gespeichert werden. Darauf werde ich auch bei jeder dieser Apps eingehen. Das Teilen mit anderen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Häufig möchte man mit seinen Kunden kommunizieren, möchte ihnen irgendein Dokument schicken. Teilweise möchte man mit Kollegen an irgendwas arbeiten. Da gibt es für mich noch zwei Unterschiede. Einmal, wenn man ein Deliverable abgibt, also zum Beispiel ein fertiges PDF, ist das was anderes, als wenn man mit seinen Kollegen noch an einem Arbeitsstand arbeitet. Das muss man daher getrennt betrachten, weil manche können das eine besser als das andere. Werde ich aber auch bei jeder App nochmal einzeln bewerten. Der Betriebssystem-Support ist natürlich wichtig. Angenommen, ihr habt Kunden, die mit Windows unterwegs sind, ihr arbeitet im Apple-Ökosystem und eure Kunden können mit euch nicht kollaborieren, ist das ein bisschen schlecht. Deswegen werde ich bei jeder App auch dazu sagen, in welchem Betriebssystem sie läuft und ob es mobile Apps dafür gibt. Was auch immer noch ein super Indikator ist, wie gut oder schlecht eine App funktioniert, ist die Bewertung der mobilen App im App Store. Und deswegen, weil ich ein App-Benutzer bin, werde ich euch bei jeder App auch noch die durchschnittliche Bewertung und die Anzahl der Bewertungen im Apple App Store mitgeben. Weil das Thema mit den Apps natürlich eine nicht sehr statische Angelegenheit ist, sondern sich das auch ganz gern mal verändert, habe ich euch hier auf meiner Webseite eine Seite eingerichtet, auf der alle Informationen zu diesen Apps, die ihr braucht, laufend aktualisiert gehalten werden. Da wird es auch in Zukunft so etwas wie Templates geben und auch Kurse, wie man besonders effizient mit diesen Apps arbeitet. Schauen wir uns mal die allererste App an, nämlich Obsidian. Obsidian ist eine kostenlose App, zumindest im privaten Umfeld und wenn man ein Unternehmen hat mit weniger als zwei Personen, also so wie ich. Dann kann man Obsidian kostenlos benutzen. Obsidian basiert auf Markdown. Markdown sind im Grunde reine Textdateien, die mithilfe von bestimmten Formatierungshinweisen versehen sind und dann am Ende auch wie eine Formatierung aussehen. Man kann also zum Beispiel mit einer Raute und einem Leerzeichen eine Überschrift erstellen mit zwei Rauten und einem Leerzeichen eben unter Überschriften und so weiter und so fort. Das ist also Markdown. Und das Tolle an Obsidian ist eben, diese Dokumente sind lokal auf eurem Gerät gespeichert. Ihr könnt sie wahlweise synchronisieren, aber Obsidian ist local first, das heißt, ihr seid Herr eurer Daten und das ist mir an dieser Stelle sehr, sehr sympathisch. Kommen wir zum User Interface. Das ist bei Obsidian extrem flexibel. Man kann Fenster öffnen, man kann Spalten einfügen, man kann beliebig viele Fenster ineinander stapeln sozusagen. Man kann das Erscheinungsbild vollkommen anpassen. Man kann auch zwischen verschiedenen Layouts, die man sich vorher definiert hat, hin und her wechseln. Wenn euch dazu mal ein Detailvideo interessiert, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann werde ich das berücksichtigen. Einzigartige Features bei Obsidian sind in meinen Augen der Backlink-Effekt. Also man kann sehr, sehr einfach bestehende andere Dokumente verlinken in Obsidian. Und es wird dann auch in dem anderen Dokument angezeigt, dass es einen Backlink gab. Also ich verlinke von A nach B und sehe dann in B, dass A auf B verlinkt hat. Das ist eine sehr, sehr praktische Angelegenheit und hat so eine Art Wikipedia-Effekt, was ich richtig cool finde, weil man dadurch eben merkt, welche Notizen eigentlich mit was verbunden sind. Das nächste coole Feature hat eigentlich genau auch damit wieder zu tun. Das ist der sogenannte Graph View. Man kann sich in Obsidian hinterher eine grafische Anzeige von seinen Notizen machen lassen, und zwar wie sie miteinander verwoben sind. Das mag am Anfang noch nicht so besonders hilfreich sein. Wenn ihr aber mal tausende Dokumente erstellt habt und eure Notizen miteinander verknüpft habt, dann seht ihr am Ende mal richtig schön, welche Notizen eigentlich mit was zusammenhängen und was sind Wörter, die ihr vielleicht besonders häufig benutzt habt und welche Themenschwerpunkte habt ihr. Was an Obsidian ganz besonders toll ist, das ist ein Plug-in-Store. Obsidian ist Open Source, das heißt jeder Entwickler auf der Welt kann aktiv teilnehmen an der Programmierung von Obsidian und das Ganze eben auch in Plug-ins. Man kann für Tabellenformate Plug-ins finden, für To-Do-Listen Plug-ins finden, bestimmte Ansichten, bestimmte Themes, also Benutzeroberflächenstile. Es gibt für nahezu alles ein Plug-in in Obsidian und das Schöne ist, die meisten funktionieren nicht nur am Rechner, sondern eben auch auf mobilen Endgeräten. Ich bin gerade noch dabei, viele der Plug-ins auszuprobieren und muss sagen, die, die ich bisher gesehen habe, sind richtig, richtig gut. Dazu werde ich vermutlich in Kürze auch noch ein Video drehen. Kommen wir zum Thema Datensicherheit. Was ich gerade schon angesprochen habe, Obsidian ist Local First, also ihr arbeitet erst mal mit den Daten, die auf eurer Festplatte sind, auf eurem Endgerät sind und ihr könnt das Ganze dann bei Bedarf synchronisieren, aber als allererstes sind die Daten bei euch. Ihr seid Herr dieser Daten und die Datenhoheit liegt nicht irgendwo anders in irgendeiner anderen Cloud. Obsidian bietet jetzt noch einen Cloud-Sync-Service an, der nennt sich Obsidian Sync, kostet 8 Dollar im Monat. Den müsst ihr aber nicht nehmen. Also ihr könnt Obsidian, wenn ihr es synchronisieren wollt, beispielsweise über die iCloud synchronisieren. Das passiert dann ganz von selber auf allen euren Endgeräten. Und es gibt mittlerweile über den gerade angesprochenen Plug-in-Store auch schon Plug-ins, die mithilfe von selbst gehosteten Datenbanken oder auch Git eure Notizen synchronisieren können. Wer von euch Programmierer ist, er wird dieses Tool lieben, bin ich mir sehr, sehr sicher. Schauen wir uns also die Migrierbarkeit an. Ich habe gerade schon erwähnt, Obsidian ist Local First und Markdown basiert und das sind eigentlich perfekte Voraussetzungen für Migrierbarkeit. Das geht sogar so weit, dass ihr im Grunde sogar mit Apps, die Markdown auch unterstützen, gleichzeitig wie mit Obsidian an einem und demselben Dokument arbeiten könnt. Solange dieses Tool Markdown, also .md unterstützt und den Dialekt unterstützt, der von Obsidian verwendet wird, könnt ihr sogar parallel an einem Dokument arbeiten. Und das ist schon richtig, richtig gut. Also das heißt, Migrierbarkeit würde ich sagen, in diesem Fall volle Punktzahl. Besser geht es eigentlich nicht mehr. Teilen mit anderen. Ja, ich habe gerade schon erwähnt, das Thema Teilen mit anderen ist zweigeteilt. Einmal als Deliverable, also als fertiges Dokument und einmal als Arbeitsstand. Im ersten Fall ist Obsidian super. Ihr könnt euren geschriebenen Text, der auch viele Sachen, sowas wie Code auch enthalten kann oder Bilder, könnt ihr exportieren, als PDF beispielsweise. Und es gibt in Obsidian die Möglichkeit, auch Styles zu hinterlegen, wie exportiert werden soll. Wenn ihr das Ganze also wirklich professionell machen wollt und euer Corporate Design in ein CSS packt, dann könnt ihr das hinterher in Obsidian einstellen, dass jeder Export gleich aussieht und zum Beispiel eure Firmenschriftart, Firmenlogos und so weiter enthält. Das ist in Obsidian möglich. Es gibt auch Vorlagen dafür. Da findet man im Internet einiges. Schaut euch das. Also wenn euch das interessiert, auf jeden Fall mal näher an. Das Thema Kollaboration mit anderen, das sieht bei Obsidian nicht ganz so gut aus, weil es einfach ein anderer Ansatz ist. Das Tool ist primär dafür gemacht, dass ihr selber Notizen erstellt und die gegebenenfalls mit euren eigenen Geräten synchronisiert. Zusammenarbeit mit anderen Leuten ist aktuell nach meiner Recherche nicht besonders gut möglich. Es gibt Plugins, die das Ganze ermöglichen sollen. Ich würde es aber erst mal noch abwarten und gucken, wie sich das entwickelt, weil das sind relativ neue Plugins und da kann es schnell zu Konflikten bzw. Datenverlust kommen. Betriebssystem-Support bei Obsidian ist genial. Jedes große Betriebssystem, sowohl Desktop als auch mobil, wird unterstützt. Also macOS, Linux und Windows auf Desktop-Geräten und iOS und Android auf mobilen Endgeräten. Der Plugin-Store funktioniert auch auf allen Plattformen. Es kann aber sein, dass es gewisse Plugins gibt, die nur auf Desktop-Geräten funktionieren und eben nicht auf Mobilgeräten. Das letzte Bewertungskriterium, das ich mir immer ganz gerne anschaue, ist die Bewertung im App Store. Da sieht man nämlich ganz schnell, ob Apps, vor allem mobile Apps, eigentlich gut funktionieren oder vielleicht doch Murks sind. Und im Fall von Obsidian haben wir eine Bewertung von 4,6 Sternen im Durchschnitt bei 321 Bewertungen Stand heute. Das ist also ein sehr, sehr guter Wert und zeugt auch ein bisschen davon, dass die App sehr, sehr gut ankommt bei den Benutzern und sehr beliebt ist. Das ist eine App, die ich in der Vergangenheit sehr, sehr häufig benutzt habe und in der ich auch nahezu alle meine Produkte, die ihr bei Digitalisierung mit Kopf.de findet, also alle Videokurse komplett durchgeplant, habe ich im Grunde alles mit dieser App gemacht, nämlich Notion. Notion ist eine kostenlose App, zumindest gibt es eine kostenlose Version, die gewisse Premium Features eben noch nicht hat, aber die Basisfunktionalitäten würde ich persönlich behaupten, die kann man mit der kostenlosen Version durchaus benutzen. Möglichkeit für komplexe Strukturen ist auf jeden Fall gegeben. In Notion kann man sowohl simple Texte als auch relationale Datenbanken und vieles, vieles mehr hinzufügen. Ich habe das Gefühl, dass der Funktionsumfang mit der Zeit immer größer wird und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich sogar einen Überblick verloren, was man mit Notion alles schon machen kann und was nicht. Also da muss ich wirklich sagen, Notion hat so viele Features, dass man sich da fast schon ein bisschen verloren vorkommt, wenn man das erste Mal vor der Benutzeroberfläche sitzt. Damit sind wir auch schon direkt bei der Benutzeroberfläche. An sich ist Notion sehr, sehr aufgeräumt und bietet eine sehr, sehr moderne Oberfläche. Je nachdem, wie sehr man sich aber rein vertieft, was man alles für Strukturen abbilden möchte mit Notion, kann man sich da sehr, sehr schnell verlieren und teilweise auch den Fokus verlieren. Das Programm ist an sich in meinen Augen durch die Vielzahl von Features schon fast ein bisschen überladen. Das heißt, wenn man diese Features braucht, dann gar kein Problem, dann ist das Programm super. Wenn man sagt, man braucht diese ganzen Features vielleicht gar nicht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht doch ein anderes Programm nutzt. Das war auch schon die perfekte Überleitung zu den speziellen Features, die Notion einzigartig machen. Auf der einen Seite haben wir da relationale Datenbanken, die in Notion standardmäßig verfügbar sind. Man kann also mit Notion Datenbanken hinterlegen, die mit Leben füllen, mit Inhalten füllen und auf die von überall aus verweisen. Ein Datenbank-Eintrag kann dann zum Beispiel eine neue Notiz sein. Man kann da extrem komplexe Strukturen generieren. Das ist mit Notion wirklich sehr, sehr gut möglich. Wenn du also ein Workflow hast, wo sowas notwendig ist, dann ist Notion wirklich perfekt dafür. Sofern du mit den Nachteilen, auf die ich gleich eingehen werde, zurechtkommst. Wenn du ein Typ bist, der ganz normale Notizen anfertigen möchte, ist Notion vielleicht tatsächlich, wie gerade schon angesprochen, ein Overkill. Das Schöne an Notion ist, ihr könnt alles, was Datenbank-basiert ist, auch in verschiedenen Ansichten generieren. Nehmen wir mal an, eine Datenbank enthält Informationen zu Datumsangaben. Dann könnt ihr eure Datenbank-Einträge auch in einem Kalender anzeigen oder als ein Kanban-Board. Das sind so Sachen, die sind wirklich sehr praktisch, wenn man es braucht. Wenn man es nicht braucht und sowieso nicht nutzt, ich habe es gerade schon erwähnt, Overkill. Was sich gerade so frisch entwickelt hat, das ist ein Premium-Feature, das man bei Notion noch dazu buchen kann im Monat. Das ist die AI. Man kann sich also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Texte generieren lassen. Also sowas ähnliches wie ChatGPT, nur direkt schon in Notion drin. Ich habe das Ganze mal eine Weile lang ausprobiert. Es ist eine ganz interessante Spielerei, aber wie bei ChatGPT auch. Ich glaube, es wird gerade ein sehr großer Hype darum gemacht. Und wenn man wirklich weiß, wie man diese Tools bedient, kann man einen gewissen Produktivitätsschub erreichen. Es wird aber vermutlich kein absoluter Game-Changer sein, der diese Notizen-App von allen anderen abhebt. Kommen wir zu den Kosten. Wie gerade schon erwähnt, ist Notion kostenlos. Es gibt eine Basisversion, die eben nichts kostet. Wenn man mehr Funktionen braucht, gibt es auch kostenpflichtige Angebote. Aber wenn man als Einzelperson Notion nutzen möchte, kommt man mit der kostenlosen Version in meinen Augen sehr, sehr gut klar. Migrierbarkeit. Notion ist an sich ein geschlossenes System. Ihr kommt an die Dateien, wie sie physikalisch auf dem Dateisystem liegen, nicht ran. Sie liegen außerdem nicht auf eurem Rechnerlokal, sondern in einer Cloud. Deswegen ist die Migrierbarkeit zwar über Im- und Exporte gegeben, aber eben nicht so schön nativ, wie es zum Beispiel bei Obsidian der Fall ist, wo man direkt auf die Dateien zugreifen kann und weiß, wie sie strukturiert sind. Kein Mensch weiß vermutlich, wie Notion Datenbanken aufgebaut sind und wie man die in irgendein anderes Modell wieder reinbekommt. Teilen mit anderen. Das ist bei Notion sehr, sehr gut möglich. Man kann seine Dokumente jederzeit exportieren. Als PDF, als HTML, da gibt es sehr, sehr viele Exportformate, die Notion unterstützt. Was man allerdings beachten muss, man braucht wie immer bei Notion Internetzugriff dafür. Also einfach so offline damit arbeiten ist sehr, sehr schwierig bei Notion. Eure Daten werden also auf den Servern generiert, die Exporte und ihr könnt sie dann herunterladen. Auch die Kollaboration mit Notion funktioniert hervorragend. Man kann andere Leute einladen, in einem Dokument mitzueditieren. Das ist eben ein Vorteil davon, dass die Dokumente in der Cloud liegen und nicht lokal bei euch. Das macht Kollaboration einfach viel, viel einfacher. Im Grunde müsst ihr euch das so vorstellen, es ist immer ein Trade-off zwischen lokalen Daten und End-zu-Ende-Verschlüsselung und Kollaboration, weil dafür ist einfach ein Server besser geeignet. Wohingegen, wenn die Daten bei euch lokal liegen, ist das mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfacher, aber mit Kollaboration eben um Längen schwieriger. Bei Notion ist das Ganze sehr gut gelöst. Ihr könnt also Leuten wahlweise Lese- und Schreibzugriff geben und Leute können auch eure Dokumente kommentieren. Wie sieht es bei Notion mit der Datensicherheit aus? Ja, Notion ist ein Tool, das in der Cloud lebt. Gut, ihr kriegt auf eurem Rechner und auf eurem Smartphone quasi eine Ansicht von den Daten, aber sie liegen nicht wirklich physikalisch dort. Das heißt, es ist mir schon passiert, ich hatte eine Liste, mir Notion angelegt und war in einem Gebäude ohne Internetempfang und ich konnte auf diese Dokumente nicht zugreifen, weil sie auch nicht mal in der App zwischengespeichert werden. Das ist eine Sache, die mir nicht wirklich gut gefallen hat und deswegen sage ich für Dokumente, die ihr auch mal braucht, wenn ihr kein Internet habt, ist Notion einfach nicht geeignet. Eure Daten liegen also auf den Notion-Servern und sie werden zu euch runtergeladen. Das heißt aber auch, die Daten sind nicht auf eurem Gerät End-zu-End verschlüsselt zu dem nächsten Gerät von euch, aber die Firma Notion selber könnte vermutlich auf eure Daten zugreifen. Das ist ein Punkt, den man immer beachten muss, vor allem, wenn man mit sehr, sehr sensiblen Daten hantiert. Notion unterstützt alle großen Betriebssysteme wie macOS, Windows, von Linux habe ich noch nichts gehört tatsächlich und die mobilen Betriebssysteme wie Android und iOS. Die Bewertungen im App Store, die sind bei 771 Bewertungen, derzeit bei durchschnittlich 3,8. Das ist jetzt nicht berauschend und fast einen ganzen Stern schlechter als Obsidian. Das mag daran liegen, dass du auf die Dokumente offline nicht zugreifen kannst und vielleicht auch mal an gewissen Programmierfehlern. Ich kann die Bewertungen so halb nachvollziehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute einfach gibt, die, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach mit dem Funktionsumfang von Notion so überfordert sind, dass sie sagen, ich kann damit nicht produktiv arbeiten. Wenn ihr da so jemand seid, dann schaut euch das Programm vielleicht mal an, aber haltet euch nicht zu lange auf, damit euch die perfekte Struktur zurechtzulegen. Denn am Ende wollt ihr ja damit arbeiten und nicht eigene Templates für andere Leute generieren. Mein Fazit zu Notion, Notion ist eine super App, die hervorragende Kollaborationsmöglichkeiten bietet, der man sich aber auch aufgrund der Features sehr, sehr schnell verlieren kann. Deswegen da bitte Vorsicht. Und falls ihr Projekte habt, die größer sind oder die auch sensible Daten beinhalten, solltet ihr euch ganz intensiv mit dem Datenschutzthema bei Notion auseinandersetzen. Und die letzte App, die wir uns heute mal überblicksweise anschauen wollen, das ist Bär. Über Bär habe ich schon vor längerer Zeit mal ein Video gedreht. Das werde ich euch hier in der Videobeschreibung mal verlinken. Schaut da also gern mal rein. Bär ist eine Notizen-App, die beworben wird damit, dass sie eine private Notizen-App ist. Wir werden auch gleich bei Datensicherheit nochmal darauf eingehen, warum das so ist und ob das wirklich so ist, wie sie es beschrieben haben. Fangen wir an mit der Möglichkeit für komplexe Strukturen. Und das ist ein Punkt, dafür ist Bär in meinen Augen einfach nicht gemacht. Bär ist eine App, mit der man ebenso wie mit Obsidian in Markdown schreiben kann. Also indem man diese Markdown-Sprache, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, benutzt, um seinen Text zu formatieren. Allerdings fehlt es da im Gegensatz zu Obsidian an gewissen Features, wie zum Beispiel Ordner. Ich kann in Bär keine Ordner anlegen, sondern es ist alles nur anhand von Tags sortiert. Also sowas ähnliches wie ein Anhänger, den ich irgendwo an einem Kleidungsstück mir dran hänge im Laden. Das ist ein Tag und so funktioniert das in Bär auch. Wenn ich also eine Notiz mit einem Tag versehe, dann finde ich sie auf der linken Seite in der Seitenleiste eben unter diesem Tag. Wenn ich ihr mehrere Tags gebe, dann finde ich sie unter mehreren Tags. Aber ich kann sie nicht einfach so in einen Ordner verschieben. Das User-Interface bei Bär ist in meinen Augen extrem gelungen. Ich muss sagen, ich mag dieses minimalistische Design von Bär. Es hat einen Light- und einen Dark-Mode. Beide sehen hervorragend aus. Man kann das im gewissen Umfang auch noch ein bisschen verändern, was die Schrift angeht. Also ich muss sagen, ich bin vom App-Design extrem überzeugt. Das gefällt mir wirklich gut. Mich spricht einfach die Ästhetik von dieser App besonders stark an. Die besonderen Features, die ich bei Bär erwähnen würde, das ist der Focus-Mode, wo man also echt sehr ablenkungsfrei arbeiten kann. Dann die Verlinkungen, ähnlich wie es auch in Obsidian ist, kann man mit Bär sehr, sehr einfach zu anderen Notizen verlinken. Und die Verschlüsselung ist bei Bär eines der Features, mit denen natürlich auch sehr offensiv geworben wird. Und die bei Bär wirklich sehr, sehr gut, zumindest auf dem Papier, umgesetzt sind. Ja, kommen wir zur Datensicherheit. Warum sage ich auf dem Papier? Ich habe es persönlich natürlich nicht nachgeprüft. Ich habe nachgeschaut, was der Hersteller selber angibt. Es ist zwar Cloud-basiert, nämlich in der iCloud, aber die Notizen werden vorher auf eurem lokalen Endgerät gespeichert, dann verschlüsselt mit AES GCM 256 und dann verschlüsselt über die Cloud übertragen. Deswegen ist das eine End-zu-End-Verschlüsselung. Und jemand, der jetzt auf eure Cloud Zugriff bekommen würde, warum auch immer, der würde dann nur euren verschlüsselten Datenmüll sehen und eben nicht das Dokument im Klartext. Wie alle Apps, die ich euch heute vorgestellt habe, ist Bär mit einer kostenlosen Version verfügbar. Es gibt noch aufpreispflichtige Features, aber ich muss sagen, mit der Basisversion kommt man in den meisten Fällen schon sehr, sehr gut aus. Migrierbarkeit. Ich kann in Bär alle Dokumente migrieren, das funktioniert relativ gut, aber man kann eben nicht so wie in Obsidian einfach alle seine Daten nehmen, kopieren und auf einen anderen Rechner übertragen oder in ein anderes Programm übertragen und dann damit weiterarbeiten, sondern man muss sie wirklich manuell exportieren. Das Teilen von Dokumenten mit anderen funktioniert als PDF sehr gut. Man kann hier auch am Stil noch gewisse Einstellungen machen, dass euer Dokument eben so aussieht, wie ihr das wollt. Die Kollaboration mit anderen, also das gleichzeitige Editieren, ist in Bär nicht möglich. Ihr könnt natürlich mit eurem iPhone parallel wie mit eurem iPad an der gleichen Notiz arbeiten, aber eben nur, weil ihr den gleichen Account habt. Jemand anderes, der auch an dieser Notizen mitarbeiten möchte, der kann das leider Stand heute nicht. Das ist aber, wie ich euch gerade auch schon erklärt habe, eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschuldet, weil die Daten eben nicht zentral in irgendeiner Cloud liegen und jeder darauf zugreifen kann und das einfach nur durch Zugriffsrechte geprüft wird, sondern weil die Daten in der Cloud tatsächlich schon verschlüsselt vorliegen, ist eine Kollaboration mit anderen einfach deutlich schwieriger umzusetzen. Es ist nicht unmöglich, aber man müsste eben die Schlüsse, vermutlich in dem Fall private Schlüsse, mit allen, die daran kollaborieren möchten, teilen. Als Betriebssysteme werden hier an dieser Stelle nur macOS und iOS unterstützt, das aber auf dem iPhone und auf dem iPad. Bewertungstechnisch sieht es bei Bär wieder sehr gut aus. Mit 4,6 Sternen im Durchschnitt und 1024 Bewertungen sind die Benutzer tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit dieser App. Mein Fazit dabei, Bär ist für Einzelpersonen sehr, sehr gut geeignet, vor allem wenn es um private Notizen geht, die niemandem sonst etwas angehen sollen. Es ist aber eher nicht dafür geeignet, mit Teams zu kollaborieren oder auch komplexe Datenstrukturen anzulegen. Alle Details, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, findet ihr auch in diesem Link, den ich euch jetzt hier gerade einblende und auch nochmal in der Videobeschreibung. An dieser Stelle würde mich jetzt natürlich eure Meinung interessieren. Habt ihr eine von diesen drei Apps schon ausprobiert? Sind vielleicht Apps neu für euch? Und was wünscht ihr euch inhaltlich dazu? Ich werde dazu definitiv noch weitere Videos drehen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich versuche, so gut es geht, alle zu beantworten oder auch neuen Videos zu berücksichtigen. Nächsten Sonntag geht es mit dem Teil 2 von diesem Video weiter. Da schauen wir uns einmal Apple Notes, Evernote und OneNote genauer an. Wenn ihr das sehen wollt, auf keinen Fall verpassen und vorsichtshalber mal abonnieren, falls das noch nicht passiert ist. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.